Hallo, ich bin Nummer 1040 und mit dabei ist heute die sagenhafte... ...Affe! Ja genau, der Affe ist dabei und mit dabei ist die kleine Koalerin hier, was ist mit dir? Ey Flo, Flo, der richtige Ausdruck ist Koala-Resine. Klar! Richtig. Die Koralle. Die Koralle. Oh Mann, die Ronny ist auch mit dabei und mit dabei ist hier ein Stargast, nämlich hier mein Bruder. Hatte ich keinen Lern? Ja genau so macht ein Panda hier. Nein. Wir sind hier nach langer Zeit endlich mal wieder in Minecraft-Volf hier unterwegs. Die komplette Map wurde übelst geupdatellt, wir haben zwei komplett neue Maps drauf. Die Map wurde geupdatellt mit neuen Kisten, neuen Items, gewissen Tester, äh, es gibt ultra viele neue Sachen hier, Geheimgänge und vieles mehr. Also dieser nette Kollege hier, der Schummel-8 hier, Grüß geht raus an dich hier, ultra saftiger Typ hier. Der kennt sich mit Command-Blocks mehr aus als ich hier, nicht mit, äh, ja, mit allem auskennen, äh, egal. Jedenfalls, mit dabei hier, die vier Kameraden hier, Minecraft-Volf, ich weiß gar nicht, den Lobby hier. Minecraft-Volf. Minecraft-Volf. Ja, ich würde sagen hier vier Spieler und wir starten direkt mal rein hier. Leute, wie der Minecraft-Volf und ich kenne hier, ähm, es ist im Prinzip so wie TTT, aber nur in Cool, ja. Okay, das ist die Map hier und nur mal kurz erklärt, es gibt so überall auf der Map drei Stufen von diesen Crate, ja. Es gibt halt, dass ich die erste Stufe und, ja, hier ist ne, äh, Julian, hier ist ne, Bildung, richtig, genau. Crate, ganz ruhig, okay. Es gibt hier diese Stufe, dann gibt's die, die sind ein bisschen dunkelbraun und die Eisentrone, ja. Das sind drei Stufen, je höher die Stufe, desto bessere Items kriegt man raus. Es gibt Gold, Emerald und Rubine, das sind quasi die Verumen, man kann nicht damit was kaufen hier. Diesen Tester, aber ich würde sagen, bevor wir rumreden, lass einfach mal hier starten und schauen, wie das Ganze sich ausspülen wird hier, oder? Okay, alles klar, und hier sieht man schon, du bist ein Schaf, achte auf deine Freunde, ein Wolf lauert in der Nähe. Einer von uns ist hier ein Wolf, ja, der Wolf unter uns ist der Böse, ähm, der alle anderen töten muss, ohne dass es auffällt. Oh, und, äh, genau, der Affe ist top, ich muss jetzt mal mich, äh, hier irgendwie sammeln und schauen, wer wer ist. Äh, übrigens der Tester, genau hier, äh, im Chat, hier haben wir übrigens unseren Shop hier, und der Wolf unter uns vier hier wird auch noch eine Wolf-Shop. Er muss Ulte, gute Items gibt hier, aber so, ich muss jetzt mal sammeln, hier, und schauen, was ich ein paar Waffen finde, hier, oh, ich hab ein Schwert. Was ist los, Torps? Ähm, nichts, überhaupt nichts. Äh, gar nichts zu mir, Torps. Verdächtig. Das ist verdächtig. Okay. Ey, Ronja, ähm, ich weiß nicht. Also, wenn ich den Affen jetzt sehen würde, dann... Okay, ich hab Emeralds. Oh! Oh mein Gott. Äh, hast du schon den Job erklärt, unten im Chat? Äh. Oh, oh. Äh, Flo ist tot. Flo ist tot. Flo ist tot. Du hast einen Schrei. Äh, Flo... Jön. Jön ist der Böse. Ne. Wieso ist Jön der Böse? Weil... Keine Ahnung, ich war hier ganz ehrlich war... Warte mal, bei Wien? Äh, wo warst du zuletzt? Wohuu! Hm? Warte mal, kannst du aber... Ich glaub... Was hab ich gemacht? Ne... Ich bin verwirrt. Hä? Warte mal, ich hab grad irgendwas geöffnet. Äh... Hallo? Guten Tag? Ist hier irgendwas geöffnet worden? Oh, oh. Äh... Hallo? Guten Tag? Ja. Ich glaube Flo... Ich glaube Flo verarbeitet uns. Ich glaube... Hä? Im Endeffekt ist Flo der... Der Böse und im Prinzip... Ja, im Endeffekt ist er... Er ist er das böse Mädchen. Äh... Hä? Ja. Ähm... Warte... Ist hier... Oh mein Gott. Zack, 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 warte mal... Wo war das? Äh... Äh... Ronja? Wo bist du? Was machst du gerade? Ich? Ich suche nach Kisten. Und du? Äh... Wo hast du gerade? Ich... Ich hab hier Julian bei mir in der Nähe. Also... Musst du aufpassen. Okay. Vielleicht... Vielleicht verfolgt er dich. Wenn du gleich nichts mehr sagst... Wenn ich gleich nichts mehr sage, dann... Dann war er's. Okay. Nö. Äh... Aber Julian sagt auch nicht... Wenn er nichts sagt, dann... Äh... Will er dich gerade... Äh... Guten Abend. Und... Ah, okay. Ich hab ja gedacht, du hast ihn gekillt... Und wolltest nicht gerade... Das Licht führen, weil du... Äh... Ja, ja. Ne, das würde ich jetzt nicht machen. Nice. Das will man doch gerne hier so... Also du redest verdächtig viel, Tops. Ich hab das Gefühl, du versuchst hier was zu verdecken. Hä? Könnte das sein. Du fandest hier was? Nein. Du bist... Du bist die Böse. Ich hab hier gerade ein schönes Holzschwert gefunden. Möchte ich nur mal anmerken. Boah, ein Holzschwert? Oh, da ist ja richtig viel cool drin. Ja. Ich hab da schon einige schöne Dinge entdeckt. Äh... Okay. Ich guck immer wieder auf die gleichen Kästen. Ich bin so clever. Es ist unfassbar. Das finde ich auch, ne? Also da muss man echt einfach mal sagen... Ach, Ronja. Äh... Ich drück die ganze Zeit eh, wenn ich jetzt... Wenn ich meinen Shop öffne möchte. So was hol ich mir denn? Äh... Oh mein Gott. Was ist das? Äh... Oh, das sieht so schick aus. Das ist aber auch äh... Premium. Jetzt komm ich hier nicht raus, oder? Oh mein Gott. Bitte, bitte, bitte. Noch vier Minuten. Eieiei. Ist das gut? Na, ich weiß nicht. Ist das gut? Ist das schlecht? Oh mein Gott. Nice. Ja, gut, ne? Wo seid ihr eigentlich alle? Ich? Ich bin, ähm... Ich bin grad in der Schule. In der Schule. In der Schule. Interessant, interessant. Wo bist du, Johan? Sag mal. Äh, ich bin auf der Map. Ah. Ah, oh. Okay. Diese Info ist sehr... Das ist, äh, untypisch. Informatisch. Informierend und so. Hm. Äh... Was kannst du dir holen? Okay, wenn jetzt der Wolf unter euch beiden ist... Unter uns beiden. Aha. Interessant. Unter euch beiden. Ihr seid definitiv... Einer von euch ist definitiv der Wolf. Ich bin kein Wolf. Würde ich auch sagen, wenn ich der Wolf wäre. Ich höre auf die Butter in den Kühlschrank. Okay, also ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich Butter im Kühlschrank habe, aber keine Ahnung. Ähm... Ronja, hast du vielleicht ein bisschen Gold für mich? Würdest du ein bisschen handeln wollen? Äh... Ich würde handeln, ja. Äh... Ich bin bereit zu handeln. Bist du hier? Okay, ja... Ne, ich hab nichts für dich, äh... Ich bin... Ich bin friedlicher... Vielleicht ist das ein Trick? Ey, du willst mich schlagen. Vielleicht will ich dich schlagen. Vielleicht ist das Selbstverteidigung. Nein, nein, nein. Ich muss den Wolf ja töten. Nein, du! Julian, komm schnell zur Halle! 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 Sie ist das Böse! Sie ist das Böse! Sie ist Böse! Oh... Äh... Halle, Halle! Direkt vor Eingang! Komm jetzt hör auf so schnell zu rennen, du! Nein! Kerl! Der Gemeinheit! Alles klar. Jetzt sind meine PvP-Skills gefragt. Oh Scheibenkleister! Meine PvP-Skills sind leider non-existent. Ja! Rania wurde getötet! Ja! Oh mein Gott! Ich bin dann... Ich glaub, ich bin dann dir vorbei gerannt und hab den Geheimgang... Mega nice! Ja! Ich bin Geheimgang? Es war so ein Geheimgang, da musst du so einen Knopf drücken, aber das sag ich dir nicht wie oder wo. Aha, aha, aha. Ich würde sagen, neue Runde! Neue Runde! Geht's? So, okay. Neue Runde! Neue Runde! Ich hab das Gefühl, es ist auch ein Vorteil, wenn man ungefähr weiß, wo die Kisten sind. Kann man einfach durchsbooschen. Und ja... Also... Ich kenn so drei, vier Kisten. Schma, 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 schma. Aber es gibt hier auch einen Schaf-Shop. Das heißt, im Chat hier haben wir so einen richtig großen Shop hier, wo ich reingehen kann. Zum Beispiel hier für 10 Gold kann ich mir Pfeile kaufen, für 40 Gold ein Weapon-Case, ein Bogen. Es gibt einen Wolfssucher. Dann wird, glaub ich, in Chat geschrieben, zwei Spielernamen und einer davon ist irgendwie ein Wolf oder so. Es gibt ultra viele geile Items hier. Aber ich sollte hier auf jeden Fall mal ein bisschen hier was suchen hier. Ich find die Map hier ist richtig riesig hier. Und es gibt auch übelst geile Sequels hier. Also ich bin so gespannt, wie ich mal Geheimgänge finde oder so. Okay, ich kenne keine Geheimgänge. Ein Dierschwert für Rubine. Oha, okay. Ich kann ja alles holen. Es gibt ja auch diese Eisenkisten, die seltensten. Oha, ganz ruhig, okay. Jede Runde hat übrigens sieben Minuten, nur falls ihr es gefragt habt. Oh, ich hab schon 10 Rubine. Das ist richtig geil hier. Ich lauf grad irgendwelche so Kante-Brand-Müppel rum. Ich hoffe, ich fall nicht runter und sterb ja ein Fallschad. Das ist ja so richtig mies hier. Also ich hoffe, dass du ein Fallschad. Ganz wichtig. Aha, tops ist der Wolf. Alles klar. Er möchte das andere Mitspieler sterben. Wir haben hier eine Regel. Wenn man stirbt, darf man nichts mehr reden. Das heißt, wenn einer von den anderen gleich hier aufhört zu reden, wissen wir, er ist tot. Und ich seh grad hier schon eine Truhe. Kann man die kriegen? Warte mal. Ah! Oha! Oh, ich hab ne Ender-Pferle und einen Iron-Man-Pad. Wow. Temporary Shield. Okay. Also ich bin wieder der Wolf, okay? Die anderen können mich grad nicht hören. Ich hab mir diese Falle gekauft. Ich hab hier keine Ahnung genau, wo die anderen sind. Aber Flo redet recht viel. Das heißt, wir können mal gucken. Ich glaub, sie verdächtigen sich grad auch eher selten gegenseitig. Nein, 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 alles gut, alles gut. Mir geht's gut. Hier bist du noch am Leben. Julian? Julian, bist du verdächtig ruhig. Julian? Äh, hallo? Hallo? Ja, 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 ja. Okay, Julian. Ich glaub, wir leben alle noch, oder? Äh, ja. Ey, oh mein Gott. Und ich mag jetzt Trank. Hier ist noch einer. Alles klar! Okay. Alles klar. Wenn einfach irgendjemand stirbt aus dem Mix, dann wissen wir Flo war's. Nein! Ja, nein, 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 er war's nicht. Das ist bloß böse. Das ist nicht der Richtigkeit. Entsprechend. Äh. Ach, nein? Ist das nicht so? Ich bin irgendwo am Dach oben. Ihr werdet mich eh nicht kriegen, so warte mal. Ach so. Abbo, es gibt noch einen Tester. Ah, gut. Danke, Flo. Der ist hier unten am Spawn. Das ist der Tester. Jetzt ist er grad inaktiv. Der Tester ist nämlich nur in 40% der Runden aktiv hier. Das wär's ja auch langweilig. Ich find das richtig geil. Ja, wirklich. Weil wenn er immer aktiv wär, könnte man ja sagen, jeder der nicht hingeht, ist instant ein Wolf hier. Ja. Obwohl er ja auch eine Chance hat, dass er falsch liegen kann, richtig? Noch vier Minuten, okay. Und jetzt, also der Wolf ist ja ein äußerst langsamer Wolf hier heute, muss ich sagen. Abbo, der Tester hat noch ein paar andere Nebeneffekte, denn es gibt eine 1 in 12 Chance, dass ein Schaf, wenn es sich testen lässt, hier als Wolf rauskommt hier. Also es muss sich immer die Richtigkeit entsprechen hier. Und wenn ein Wolf im Tester irgendwie reingeht, hat er eine 1 in 15 Chance, dass er als Schaf rauskommt, ohne irgendwas. Es gibt doch ein Item, das nennt sich irgendwie ein Schafspelz oder so. Damit kann man als Wolf auch viel... Hallo. Danke, dass du mir die Tür aufgemacht hast. Tops, ganz ruhig. Ich bin scharf. Komm her, komm her, Tops. Ich bin auch scharf. Ey, Tops, mit mir. Wenn ich sterbe, ist es Tops. Wenn ich sterbe, ist es Tops. Okay, okay, okay. Wo sag ich dir denn? Er läuft mir nach. Er hat ein rotes Schwert, er hat ein rotes Schwert, er hat ein rotes Schwert. Okay, nur für den Fall. Sporthalle, Sporthalle, Sporthalle. Sporthalle. Okay. Ich bin auch ein Schaf, Flo. Ja, rotes Schwert. Oh mein Gott. Ich stand eben die ganze Zeit neben dir, was? Ich hab mir für 20 Euro Bühnegrad was gekauft. Also. Ey. Okay. Warum schießt du mich ab, Flo? Oh mein Gott. Flo, ist der was? Ich bin nicht, ich bin nicht davon. Du hast ihn abgeschossen, oder? Ja. Ich bin nicht. Julian, Julian, bist du noch da? Julian? Ja. Okay, Julian lebt noch. Okay, alles klar. Ähm. Ich hab keine Ahnung, wo die anderen sind. Ich hab keine Ahnung, wo die anderen sind. Was? Ich versuch die ganze Zeit zu beugen, die Leute zu fragen, aber keine Antworten mehr. Ah. Ich hab eigentlich so ein cooles, cooles Ei. Man kann so ein Beispiel hier. Aber ich krieg's nicht raus, wenn ich die anderen nicht finde. Ah. Ich kann einfach den ganzen Polen schließen, glaub ich. Was? Okay. Die waren bei der Sporthalle. Das heißt, wenn ich jetzt hier draußen rumlaufe, dann komm ich bestimmt zur Sporthalle. Ähm. Ich war vorhin da. Geh nicht ins Polen. Oh mein Gott. Jetzt nicht irgendwie eröffnet hier. Oh! Julian kommt! Wer ist der Panda? Doch, Julian. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Hallo. Drück auf den Klaufe, Julian. Okay, Julian ist nicht. Julian ist nicht. Es ist Ronny oder Tobs. Ronny oder Tobs. Julian bleibt bei mir auf. Oh, yes. Ronny hat sich einen Spawner gekauft. Ich hab mich... Ich hab mir keinen Spawner gekauft. Doch, doch, doch. Du bist irgendein. Ich hab einen. Ich hab einen. Wolfssucher, okay? Alles klar. Entweder Tobs oder Ronny ist ein Wolf. Ich wusste schon. Aber das war ich ultra wasted hier. Ähm. Hab ich noch irgendwas? Wie setzt man diese Eier denn ein? Doch! Entweder Tobs oder Ronny. Ich hab hier... Ich bin hier an einem Projekt dran, ja? Oh mein Gott. Ist es sie? Jo! Sie ist an dem Projekt dran. Flo, Flo, Flo. Ist es? Flo, komm zum Part. Komm zum Part. Ja! Das war's! Wie setzt man diese Eier ein? Die konnte ich nicht... Ich hab eigentlich... Was ist das? Ich will das eigentlich neue runter. Warte! Wie macht man die Eier? Okay, bitte. Neue Runde. Neues Glück hier. Alter, das war mal ne geile Runde hier. Du bist ein Schaf. Ich bin ein Schaf. Ja, auf jeden Fall. Du tobst ein Schaf hier. Wolf ist inaktiv. Also wir haben, glaub ich, grad nicht hier... Wir hatten noch nie ne Runde mit dem aktiven Wolf-Tester. Das ist nicht so. Ne Runde so. Was ist denn dieses Mal? Ganz ruhig. Okay. Ey, was gibt's denn noch eines hier im Shop? Es gibt doch mal mega geile Sachen hier. Es gibt super viel Kram. Ach Mensch. Ey, man braucht unbedingt die Rubine hier. Ich hab noch nie Rubine gefunden. Wie findet ihr die? Ha, Rubine! Oh mein Gott, ich hab hier nen Helm hier. Ähm, ey. Irgendwie geht's mir schon immer das selbe Runde. Ah, die sind 40. Ich glaub's mal wo komplett anders hier, wo ich noch gar nicht war. Sag mal, die Eichhäben sind teuer geworden gerade. Flo geht wohl nur noch gar nicht mal unter der Dusche. Ah, ich bin Tobias! Okay, ganz ruhig. Ich glaub, hier ist ein Secret Gang. Genau hier. Oh mein Gott. Kann ich hier rein? Ja! Oh Leute, ist so gut. Uh! 27 Rubine? Die gönne ich mir mal. 27 Rubine! Ja, ich hab ja Ultralang. Ja, alles klar. Okay, hier ist Flo bei mir! Was? Wieso soll ich denn Wolf? Bist du Wolf? Ich bin nicht der Wolf. Ich will den Tester gehen, aber es gibt keinen Tester. Flo? Ich folge dir jetzt. Unauffällig. Ich bin safe. Ich bin safe. Es ist locker Julian. Wenn irgendjemand mich nicht mehr hört, dann ist es hundertprozentig, wenn Flo mich getötet hat. Ich glaub, du bist gar hier ein bisschen Gold, weil ich so nett bin. Guck mal, ich will, dass wir Schafe hier gewinnen, okay? Okay. So, auf geht's. Ähm, was kann ich mir denn hier kaufen? Alter, wie geil! Ähm, okay. Ähm, mit Gold was kann ich mir kaufen? Wie viel kostet Weapon Case 30 Gold? Oh, das kostet... Hä? Wie kostet es 30? Bei mir kostet es 45. Hä? Nee, nee, nee. Du musst Dings kaufen. Mit Gold? Ich mein Dings hier, äh, Emerald, äh, Dings meine ich. Wolf, äh, Dings hier. Ah, nee, das ist Wolf such ich hier. Hä? Okay. Nee, doch! Jo, Weapon Case 33, oder welches meinst du denn? Ich mein das, was man für Wolf kaufen kann. Ach so, für Gold? Ja, Leute, hab ich mir verschaut, ja. Au, 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 au. Ey, komm mal mit, Ronja, ich zeig dir ne richtig geile Secret. Komm, wer hier? Ne richtig, richtig coole. Wo bist du denn? Ein richtig coole Secret. Ich bin im ersten Stock hier. Oh, Gott. W sempre. Warte, komm ich einmal hoch zu dir. Woospie, 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 woopie. Jetzt .... Wieso bin ich auf einer Wolf? Keine Ahnung, du bist so ein komisch gerissen. Bundeskonstellent peroof, die gobier vorne geführt. Hey, Ronja, komm. Was sind die Chancen, dass ich zweimal hintereinander herzlich komm' und dann noch ein drittes Mal? Stop, der, hol mal. Komm hier, ich kann hier, scheuer. Komm ran, consuma! Ich hab hier ís d'، ich hab zu dir hingegen. Cool, komm. Schalter und komm rein. Den Schalter ist grad verpackt. Er will gerade mich nicht reinlassen. Du musst reinkommen. Ja, komm rein, komm rein. Nein, schließt dich immer. Hier ist eine Truhe drin. So, jetzt. Den Helm nehm ich hier. Cool, cool. Wie geil hier. Komm, du bist so eine richtige Zentrale und alles. Ey, ich bin hier. Ich bin hier. Bronis Wolf, Bronis Wolf. Oh mein Gott. Oh, du hast deine Schreie. Oh. Hä? Flo, Flo ist Flo. Und? Ich schwöre, ich bin sie. Alles klar, jetzt können wir uns hier Flo's Lieblingschichten anhören, warum ich der Wolf sein soll, aber nicht mehr rede. Wisst ihr, was der Trick ist? Wenn ich das nächste Mal Wolf komme, dann mache ich folgendes. Ich sage auch irgendwie, oh ja, Flo greift mich an und danach rede ich einfach auch nicht mehr, so als würde Flo mich getötet haben. Und er selber tut quasi nur so, als wäre. Ihr wisst schon, 100% einfach umgedrehte Psychologie, das machen wir. Das ist der Plan. Dann denken alle, dass Flo der Wolf ist, obwohl ich der Wolf bin. Und dann kann ich einfach, sobald ich jemanden sehe von hinten, den direkt töten. Und er denkt nicht, also er denkt sich nichts Böses. Das ist der Plan für nächste Runde. Wenn ich nochmal Wolf komme, eigentlich hätte mir klar sein müssen, dass Flo der Wolf ist. Ah, es war so logisch. Warte mal, Y, I, P, äh, Wolfschaftschaft. Okay. Ich weiß, warum sollte ich ihm in den Raum folgen? Alter. Okay. Vor allem, die anderen, sie sind zwar skeptisch, aber sie... Doch, doch, Björn ist hier, äh, ich bin es nicht. Ist jetzt... Jeder, was andere sagt, ist, äh, dumm. Das ist jetzt Tops. Wir folgen jetzt Tops unerfällig. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Was ist dieser Stimme, du hast dieser Stimmlage so... Nein. Er wird uns rächen, okay? Er wird jetzt... Oh mein Gott, ich kann einfach durchgehen. Er wird jetzt Flo töten. Ach, versteck dich einfach so. Warte mal, ich kann mich, glaube ich, umstellen. Ich meine, die beiden sind sich eigentlich sicher, dass Flo der Wolf ist jetzt genau. Jetzt sind sich hier verstecken. Ja, wo seid ihr denn alle? Ja, ja. Also, ich bin bei der Schule, Flo. Ja, warum würdest du das sagen? Wie funktioniert der? Tobias, wieso sagst du das? Warte mal. Don't. Oh mein Gott, Julian hat mich versucht zu töten. Julian hat mich gerade... Ja, und jetzt zufällig, ja? Oh mein Gott, ich kriege du's. Du hast du nicht, wo ich bin. Ey, das ist zufällig, sag Julian jetzt mehr. Ich hab ne Endmannrüstung, gell? Eine Endmannrüstung? Ja, doch, Mann. Oh mein Gott. Ich hab aus dem Wolfshop abgelesen, dass 30 Gold mit dem Warpick ist. Aha. Ey, Tops, wo bist du? Ja, ne Schande, wenn du mich nicht kriegst. Ey, warte, ganz ruhig. Ich werde dich kriegen, es gibt nämlich hier einen Kompass, der vielleicht... Tops ist unsichtbar. Tops hat sich hier unsichtbar Kestrand gekauft. Leute, beim Wolfshop gibt es hier nämlich hier noch eine blaue... Das ist natürlich so clever. Das ist so clever. Next Level. Okay, Tops, du bist in der Turnhalle, sehe ich? Ich bin in der Turnhalle, genau. Ja, geh ruhig zur Turnhalle, Flo. Ey, ich hoffe... Hör dir die Schadensfreude. Stopp, das ist super raus. Ich weiß nicht, wie wir das machen können. Oh mein Gott. Ich muss... Eigentlich, ich würd gerne Flo finden, damit ich mich verweiß. Bist du bereit? Wo bist du? Ich hab die gehört. Du warst die da treiben. Okay, Sandkasten. One in one, okay? Alles klar, wir sind jetzt hier. Oh, man kann scheinbar Tops auch wieder sehen jetzt. Ich seh dich, Tobias. Ich seh dich auch. Komm her, du Kleiner. Komm. Nein, ich hab's nicht. Komm. Warte. Oh mein Gott, ich hab gar nicht in den Fack gehabt. Ist Flo unsichtbar? Nee, Flo ist ein Mini. Oh mein Gott, nein. Komm her, komm her, komm her. Lauf nicht weg, Tops, ein Viking. Komm her. Du bist ein Viking. Siehst du das? Ich komm, ich weiß nicht, wie es geht. Bleib stehen. Bleib stehen, du Viking. Komm her. Tops hat das. Tops hat das. Ich glaube. Bleib stehen, du Viking. Komm her. Ich danke, dass er uns recht nicht hat. Junge. Ja. Junge, wenn du ernsthaft bist, dadurch gewinnst, hier. Oh mein Gott. Nice. Seid mir bei mir die Kommentare. Das war's aber für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schauen unbedingt die Folge bei den anderen an. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.